Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Pulver an. Oder ich erkläre euch erstmal, was dieser Pulver so bringt und auch die Kapseln. Es gibt ja auch Kapseln dazu, aber darauf gehe ich gleich ein. Also, ich bin ehrlich, ich habe keine Heißhungerattacken mehr. Sprich, ich habe nicht das Bedürfnis, abends Süßigkeiten zu essen oder dass ich Lust auf Chips habe. Wenn mein Mann sagt, komm, lass uns Chips essen, dann sage ich manchmal, nee, ich will einfach nicht. Ich habe nicht diese Heißhungerattacken und ich habe wirklich nicht mehr diese Lust auf süßes Zeug. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe einfach diesen Rhythmus jetzt, dass ich morgens, mittags und abends dann was Kleines esse. Und mehr will ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also zwischendurch, klar, esse ich eine Banane oder so, aber mehr brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Und ich habe wirklich keine Lust mehr auf Süßes. Ich habe letzte Woche, wollte ich Eistee trinken und das hat so ekelhaft geschmeckt. Also, das war viel zu süß für mich, hatte ich das Gefühl, obwohl ich das gar nicht von mir kenne. Früher habe ich am Tag, manchmal im Sommer, einen Liter Eistee getrunken, was natürlich ein No-Go ist jetzt. Aber ich weiß nicht, das Essen schmeckt mir jetzt viel besser. Ich schmecke das wirklich so intensiv raus. Und es ist nicht einfach nur schnell essen, es ist einfach dieses Genießen. Und man sollte das Essen wirklich genießen und nicht schnell alles in sich rein stopfen, damit man schnell fertig ist. Das habe ich nämlich früher gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so müde. Ich schlafe um zwölf Uhr abends, also nachts und bin um sieben Uhr topfit. Auch wenn es schwer zu glauben ist, ich habe mir zeitlang diese kalten Cafés getrunken. Das mache ich auch nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr müde bin. Ich bin einfach morgens fit und ich denke mal, das kommt auch nur, wenn man zu viel Süßes isst und so, ist ja nicht gut. Und ich fühle mich auch nicht mehr so aufgebläht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß, das ist alles viel zu positiv, aber es ist echt so wirklich. Also, ich bin einfach fit morgens. Und wenn ihr auch Mutter seid, wisst ihr, morgens hat man manchmal einfach keine Lust aufzustehen, wenn das kleine Kind dann wach ist. Aber ich bin momentan einfach so fit und die Sonne scheint und du hast einfach nichts aufzustehen morgens. Ich mache die Wohnung morgens sofort. Eigentlich brauche ich erstmal Zeit für mich, damit ich erstmal richtig wach werde. Natürlich hat Lena in der Zeit Frühstück und so bekommen. Aber ich bin fit, wach, keine Lust mehr auf Süßes und ich trinke sehr, sehr viel Wasser. Sehr, sehr viel. Ich habe momentan so viel Lust auf Mineralwasser. Also, früher hatte ich das nicht so. Wasser hat mir eigentlich nicht geschmeckt, aber mittlerweile nur noch Wasser. Und das sollte natürlich zwei bis drei Liter sein. Drei Liter schaffe ich nie, aber ich versuche immer meine anderthalb bis zwei Liter zu schaffen. Ich zeige euch mal den Pulver hier. So, das ist der Pulver. Also, wie man sehen kann, ich habe schon einiges, einiges getrunken. Und da ist dann so ein Löffel dabei, so ein Messlöffel, wie auch im Babypulver. Und zwar ist das der. Davon einfach zwei Löffel in diesen. Einfach hier rein, zwei Löffel und dann fettarme Milch. Darauf müsst ihr achten. Ich habe nämlich am ersten Tag nicht drauf geachtet und habe ganz normal drei Mal fünf Prozent Milch genommen. Also, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, da kommen dann zwei Esslöffel rein mit 275 Milliliter fettarme Milch. Da schüttelt ihr, lasst fünf, sechs Minuten stehen. Ich lasse das meistens sogar zehn Minuten stehen. Und das sollte man auch nicht zu schnell trinken. Also, in zehn, 15 Minuten. Und ja, aber ich fand es cool. Die beiden Sachen sind auf jeden Fall dabei. Und dann noch was zu messen, auch im Blauch. Damit könnt ihr euren Bauchumfang messen. Eure beiden Hüften, also Hüften hier. Hüften, genau. Hier. Eure Taille, Hüfte und eure Oberschenkel. Links und rechts. Ihr habt dann so einen Planer. Hier müsst ihr eintragen, wie viel ihr wiegt am Anfang. Hier steht dann Start und Datum. Ich habe am 22.05.2017 angefangen. Ich habe mit 63 Kilo angefangen. Momentan wiege ich 60 Kilo. Aber das war nicht mein Ziel. Und ich bin ja auch noch nicht fertig. Also, ich wollte aber erst mal drei Wochen dieses Pulver und die Kapsel testen, bevor ich euch irgendwas erzähle, bevor ich gar keine Ahnung habe. Und jetzt kann ich wirklich meine ehrliche Meinung dazu sagen. Und in diesem Feld könnt ihr eure Belohnung reinschreiben. Ja. Ich habe 4-5 cm Bauchumfang verloren. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Man sieht es auch. Ich zeige euch gleich, wie ich jetzt aussehe. Und das hier sind die Kapseln. Einmal Smooth Activator und einmal Setis Caption. Und ja, ich erkläre euch kurz, wozu die geeignet sind. Aber vorher würde ich euch sagen, manchmal hat man wirklich keine Lust, jedes Mal diesen Shake zu trinken. Ich bin ehrlich. Also, manchmal denkt man sich so, nee, ich habe jetzt keine Lust auf dem Shake. Und das Gute ist, hier sind sogar Rezepte dran in diesem Heft. Also, hier habt ihr alles, also alle Fragen werden hier natürlich aufgedeckt, was das alles bringt. Und ja, das stimmt wirklich. Also, das, was ich euch eben auch gezeigt habe, mit weniger Süßes und sonst was, das stimmt wirklich alles. Hier steht dann, wie man was einnehmen soll. Den Shake sollte man alle 4-6 Stunden einnehmen. Und ich nehme es halt morgens. Und dann esse ich was Gesundes. Und am Abend nehme ich es dann nochmal. Ja, hier ist zum Beispiel Shape Baby Rezepte. Hier ist was mit Blaubeere. Was ich mache momentan, sind diese Pancakes. Und die schmecken super, super gut. Also, das macht man auch mit Shape Baby Pulver. Shape Baby. Shape Baby Pulver. Und was gibt es noch? Es gibt auch was mit Mandelmilch und so. Das habe ich aber noch nicht probiert, weil ich noch keine Mandelmilch gefunden habe. Und es gibt noch was mit Chiasamen. Das sieht auch ganz lecker aus. Findet ihr nicht? Da in der Mitte. Also, es gibt schon reichlich Rezepte. Und das reicht auch aus. So, ihr Lieben. Jetzt fangen wir mit den Kapseln an, wie gesagt. Und zwar nehme ich dreimal zwei Kapseln am Tag. Das sind die Setis Caption. Das sind die. Und wie man sehen kann, sind die auch schon fast leer. Genau. Die nehme ich immer 30 Minuten vor dem Essen. Und natürlich mit zwei Gläsern Wasser, damit die auch im Magen landen. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Ich denke natürlich nicht. Aber ich habe so ein Sättigungsgefühl. Aber so ganz natürlich, dass ich so einfach satt bin. Und wenn man satt ist, hat man natürlich keinen Heißhunger. Und das ist 100% vegan. Also, an die Veganer unter euch. Ihr könnt beruhigt sein. Es ist alles vegan. Und, ne? Alles gut. So, ihr Lieben. Jetzt gehen wir rüber zu den zweiten Kapseln. Ich blende euch das ein. Dann sieht man das viel besser. Das sind die Smooth Activator Kapseln. Ich nehme immer zwei Kapseln am Morgen. Da ist Guarana drin enthalten. Grüner Tee und Malé Extrakt. Ist auch 100% vegan. Und das... Ja. Was denn? Sina ist gerade hier. Also, wenn sie euch jetzt Vollplappat von hinten tut, es mir voll leid. Ja, auf jeden Fall regt das den Stoffwechsel an. Ja, das auch zu diesen Kapseln. Ich würde jetzt gerne sagen, wie man mit... Also, kurz erklären, wie man am besten mit dieser Kur anfängt. Das ist eine Zucker-Detox-Kur. Das Wichtigste ist ja, dass man... Also, für mich ist es das Wichtigste, dass ich hoffentlich fast gar kein Zuckermer einnehme. Am besten gar nicht mehr. Aber ab und zu ist es nicht schlimm. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich mir denke, komm, heute gänzt du dir was? Das ist meistens samstags oder sonntags, wenn wir dann zu Hause sind mit meinem Mann. Ja. Wie gesagt, das habe ich euch gezeigt. Ich habe nicht jeden Tag meine Taille und meinen Bauchumfang gemessen, weil ich einfach das Endergebnis sehen wollte. Jetzt, nach drei Wochen, habe ich es gemessen und habe gesehen, ich habe vier bis fünf Zentimeter an Bauchumfang abgenommen. Und ja, mein Bauch ist sozusagen fast weg. Und ich bin stolz drauf. Ich traue mich jetzt wieder in den Schwimmbad zu gehen, was ich mich vorher nicht getraut habe. Klar, es gibt natürlich Badeanzüge, wo man den Bauch vertuschen kann. Aber ich habe mich trotzdem nicht wohl gefühlt, weil ich mir dachte, komm, man sieht ein bisschen Bauch. Klar, man sieht immer noch ganz wenig Bauch, aber das stört mich jetzt nicht mehr. So, dann kommen wir zur Abnehm-Kur. Ich muss ehrlich sagen, die ersten drei Tage waren sehr, sehr schwer für mich, weil ich habe wirklich nur die Shakes getrunken, drei Tage lang und ganz viel Wasser. Das war ein Horror am Anfang, weil du hast ja immer noch, natürlich, wenn man am Anfang weiß, man darf nur die Shakes trinken, hat man voll die Heißhungerattacken. Aber nach dem dritten Tag hat sich das gelegt. Ich denke mal, mein Körper ist jetzt so damit klargekommen, okay, jetzt gibt es keinen Zucker mehr. Das war dann auch der Fall. Ich hatte danach keine Muslime auf Zucker. Ich zeige euch das mal kurz. Hier ist die Detox-Phase. Und dann, ich bin momentan bei der Abnehm-Kurse. Das ist von Tag 4 bis 25. Nächste Woche bin ich dann in der Balance-Fase. Balance, genau. Momentan ist es so, wie gesagt, morgens und abends einen Shake trinke. Und hier steht dann auch, dass man diese Sättigungskapsel, das steht hier, ne, morgens, zwei Sättigungskapseln nehmen und diese Smooth Activators, Stoffkapseln, nimmt man auch zweimal morgens und mittags auch. Und abends nimmt man dann wieder diese Sättigungskapseln, damit man halt keine Heißhungerattacken hat. Und dann ab nächste Woche muss ich den Shake nur noch abends nehmen. Ja, nur noch abends. Und darauf freue ich mich. Es ist momentan so, dass ich versuche, mich wirklich mit der Mischkost zu... Also, ich achte drauf, dass mein Teller ungefähr so aussieht, dass da wirklich Obst drauf ist, Gemüse, Fleisch. Fleisch, äh... Ihr wisst, Fleisch ist nicht so meins, aber ich versuche dann halt immer Vollkornbrot oder Vollkornnudeln dazu zu essen. Aber, wie gesagt, es schmeckt mir einfach intensiver und ich habe wirklich keine Lust mehr auf Süßes. Das muss ich sagen. Also, ihr könnt euch die Seite mal anschauen. Momentan ist das sogar reduziert. Statt 123 Euro für 84 Euro. Und ich bin sehr zufrieden. Also, ich weiß nicht. Ich fühle mich jetzt in meinem Körper so, wie ich bin. Wohler. Audet hat auch gesagt, du hast echt abgenommen. Meine Mutter auch. Und das ist einfach schön zu hören, dass man abgenommen hat, dass es was gebracht hat. Am Anfang dachte ich mir, okay, du hast es jetzt zugeschickt bekommen, aber hilft das? Also, bringt dir das was? Ich habe ja nicht alles durchgelesen. Ich kann die auch auf Instagram jedes Mal anschreiben und jedes Mal Fragen stellen, wenn ich Fragen habe. Das finde ich super, super gut. Die antworten auch innerhalb 10 bis 15 Minuten. War bei mir zumindest so. Und ich weiß nicht, ich bin sehr zufrieden. Ihr könnt euch die Seite mal anschauen. Die Instagram-Seite verlinke ich auch unten in der Infobox. Also, wenn ihr in 30 Tagen abnehmen wollt, dann schafft ihr auf jeden Fall damit. Ich weiß nicht, ob das von Körper zu Körper anders ist. Bei mir hat es geklappt. Ich kann jetzt nur Positives davon erzählen. Und ich habe jetzt meine Erfahrung erzählt. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Ich könnte auch direkt in der ersten Woche ein Video dazu drehen und sagen, hört mal, das ist so und so. Damit habe ich so und so viel abgenommen. Aber ich habe euch auch in den Blogs gesagt, ich werde es ausprobieren. Und in zwei, drei Wochen erst das Video abdrehen. Dann weiß ich auch, ob es was bringt oder nicht. Wäre es jetzt schlecht gewesen, hätte ich gesagt, das ist schlecht. Aber mir hat es was gebracht. Deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden. Vor allem, es motiviert einen sehr, wenn man sich dann abmisst nach zwei, drei Wochen und sieht, okay, du hast jetzt vier bis fünf Bauchumfang verloren. Das macht mich schon stolz. Also, ich bin sehr zufrieden. Ihr könnt euch die Seite mal anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Vielleicht gibt es auch einige unter euch. Ich denke mal, es gibt einige unter euch. Vielleicht lese ich das auch in den Kommentaren, die auch unzufrieden sind mit dem Körper. Aber das hat mir was gebracht. Vielleicht bringt es euch auch was. Ich hoffe, 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 dass ich bis zum Sommer noch ein paar Kilos runter habe. Ich will nämlich ungefähr 55 wiegen. Momentan wie ich 60. Aber ich denke mal, wenn ich gut auf die Süßigkeiten verzichte, schaffe ich das auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich zeige euch jetzt noch das Endergebnis, wie ich momentan aussehe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie gesagt. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.